Musik Mein Name ist Falko Breuer. Ich bin hier Vorsitzender des Imkervereins in Lebra. In unserem Bienenkarten wird insbesondere auf die Insektenwelt aufmerksam gemacht. Hier kann man sehen, wie Honigbienen leben, wie Honigbienen Honig erzeugen. Aber auch vieles andere wollen wir vermitteln, wie die Bienenhaltung sich entwickelt hat. Und natürlich auch, welche anderen Insekten wichtig sind für unsere Artenvielfalt, wie Wildbienen, aber natürlich auch Wespen, Hernüssen. Alles das versuchen wir hier interessierten Besuchern zu erklären. Der Rauch besänftigt die Bienen. Die Bienen saugen sich dann voll Honig oder Winterfutter, haben einen vollen Magen und sind da lange nicht mehr so angriffslustig. Und der Imker kann dann in aller Ruhe sich den Völkern nähern und kann natürlich dort die Völker kontrollieren. Das, was eben gerade wichtig ist in den bestimmten Jahreszeiten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020